Booyah! Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Crash Bandicoot Cortex schlägt zurück, zusammen mit Mariposa, das bin ich. Ja, wir haben die ersten zwei Level hier unten schon durchgehabt, einen bunten Edelstein schon durch Zufall gekriegt. Und jetzt machen wir uns auf ins dritte Level. Da sind wir. Und hier haben wir den Hinweis gekriegt, ein Bonus-Level. Nichts zu meistern, beziehungsweise den Weg, kostet kein Leben und man soll es nochmal versuchen. Yay! Und es ist ein wunderschönes Wasser-Level. Die liebt man ja so sehr. Und zu meinem Überfluss werde ich jetzt gleich Apu-Apu haben. Das ist hier eigentlich nicht sonderlich förderlich, finde ich. Weil wenn man ins Wasser fällt, ist er komplett weg. Von daher hätte ich persönlich gesagt, nö. Muss nicht sein, so auf die Art. So, okay. Was versuchen wir jetzt hier? Was versuchen wir jetzt hier? Y ist ein Schub. Wo ist denn überhaupt Y? Also, guck mal, wie wir das meistern mit unserem... Was ist das? Wasser-Board-Ding. Da kommt gleich ein Fläntelchen auf uns zu. Und du gehst auch weg. Und jetzt Bonus-Weg! Wie gesagt, der kostet uns kein Leben. Und wir sind in luftigen Höhen. Nein! Mist, ich wollte einfach gleich weiterspringen. Okay. Apu-Apu ist weg. Ja, toll. Habe ich wieder super hingekriegt. Einfach nur, weil ich so ungeduldig war. Diesmal warte ich. Ich warte hier ganz brav. Da warte ich. Wadabum. So. Hören wir hier durch. Und schwupp. Elf Kisten. Sieben, acht, neun. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich vergesse eine. Oder auch nicht. Okay. Bonus-Weg erfolgreich gemeistert. Elf Kisten. Sehr schön. Hat euch denn der erste Part gefallen? Es war ein bisschen chaotisch zum Ende hin, weil ich keine Kristalle gekriegt habe. Aber es ist auch sehr schwer hier. Oh. Ach so. Ich habe hier den blauen Kristall bereits gekriegt. Oh. Deswegen darf ich hier den Weg machen. Ui. Dankeschön. Huh. Huh. Nein. Ach, Crash. Das habe ich schon hingekriegt. Jetzt muss ich überlegen. Das war hier oben irgendwo. Nein. Crash. Was machst du denn? Was ist denn nur los mit ihm? Mein Controller ist neu. Dem kann ich keine Schuld geben. Es liegt also an mir. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich da hinten die Kiste jetzt hätte nehmen müssen. Scheiße. Oder bringt er mich dann da wieder hin? Ich hoffe, der bringt mich da wieder hin. Es fehlt mir ja eine Kiste nachher. Schlimm wird es, wenn diese Wege kommen. Sterbe bis dahin nicht. Und habe alle Kisten, damit ein besonderer Weg erscheint. Das wird noch schlimm. Das Nilpferd hat gepupst. Habt ihr es gesehen? Platsch. Und Sprung. Sprung. Und. Sehr schön. Nein. Und hopp. So, jetzt haben wir es aber hinter uns. Oh, ich dachte jetzt echt. Ja, jetzt fehlen mir. Ach so. Ah, ich verstehe. Einmal. Ne, 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 ne. Dann komme ich ja da nicht mehr drauf. Ja. Und schnell zurück. Sehr gut. Jetzt können wir jetzt die restlichen Kisten noch holen. So. Und schwumm. Das war zu Spaß. Oh. Na gut, das hat jetzt nicht funktioniert. Schwumm. Schwumm. Und schwumm. Da ist ein Gesicht dabei. So. Und schwupp. Und jetzt haben wir den Bonusweg mit dem Kristall hinter uns. Yay. Das war cool. Und wir sind... Oh, Gott sei Dank. Wir sind wieder hier. Da habe ich die Kiste noch gekriegt. Wie komme ich jetzt an den Edelsteinen vorbei? Oh. So jedenfalls nicht. Nein. Jetzt muss ich das nochmal machen. Ach, das schneide ich raus. So. Wir wären wieder hier. Und jetzt. Konzentration. Ach, sehr gut. Komme ich da dran vorbei? Oh, sehr schön crash. Sehr schön gemacht. Da hinten ist der Checkpoint. Und erwischt. Ja. Huhu. Oh, ich weiß noch. Irgendwann muss ich hier mit diesen komischen Kisten im Wasser was anfangen. Ah, kam vorbei. Sehr gut. Und da muss ich jetzt aufpassen, wann die... Ja. Diese Bombe nicht in meinem Weg ist. Hier genau so. Oh. Und durch. Wie sein Gesicht immer ist. Und schwumm. Ja, der erste Edelstein. Der normale Edelstein, meine ich. Juhu. Endlich. Ein weißer. Ha, 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 ha. Da gibt es auch einen farbigen Edelstein, oder kann ich nochmal einen weißen kriegen? Ich weiß es gar nicht. Und mal keine Szene? Na, sowas aber auch. Okay, dann gehen wir gleich weiter zum Vorletzten. Genau, zum Vorletzten. The Peats. Okay, was haben wir hier jetzt vor uns? Da war der Tipp, mit einem Körperschlag können wir gezielt die starken Kisten zerstören. Was das nur wieder heißt. Was sind das alles für Viecher? Die haben überall diese komischen Cortex-Dinger drin. Oh. Hallo? Geht doch. Kurz warten. So, und weiter geht's mit uns. Und schwuppdi-bub. Macht's gut. Da oben ist anscheinend nichts, also können wir das super gut machen. Ich will nicht so viel Zeit verlieren. Schwupp, und nochmal. Ist hier irgendwo was? Nö. Hier. Ja, toll. Ich wollte gerade vorschlagen, ist hier irgendwas? Aber der hat mir jetzt mein Abu-Abu weggenommen. Aber hier krieg ich schon den nächsten. Oben noch was? Nö. Dann mal den nächsten. Und Vorsicht mit dem Vogel. Hat gut funktioniert. Und bam. Weg mit dem Ding. Okay, hier teilt sich der Weg. Das heißt, ich gehe erst nach links und dann gehe ich nach rechts. Weg mit dir. Na, ist weg. Okay. Und schwupp. Schwupp. Oh, das war jetzt ein bisschen sehr riskant. Aber gut. Okay. Wow. Oh, jetzt habe ich fast den Weg nicht geschafft. Oh Gott. Wann kommt denn der Weg, wo wir uns wieder treffen? Oh, du bist da. Weil ich muss ja dann den rechten auch nochmal abgehen eigentlich. Weg. Hier ist der Edelstein. Mein Gott, ist das dann ein weiter Weg, den ich zurückgehen muss. Weg mit euch. Ah, da ist der Weg. Da ist er. Da ist er. Hier ist er. Okay, ich gehe jetzt schnell zurück. Und melde mich gleich wieder. Ich hoffe, das funktioniert. Hier ist der Edelstein oder der Kristall. Den darf ich nicht nehmen. So. Ah, und hier ist die Wegkabelung. Sehr schön. Ja, wir haben es endlich geschafft. Gott sei Dank. Weg. Weiß nicht, kann ich da jetzt eigentlich rein? Ich glaube nicht, dass ich da rein kann. Nö. Okay. Also. Wir dürfen jetzt bitte nicht sterben. Weil der Checkpoint auf der anderen Seite. Da ist der Checkpoint für hier. Sehr schön. Oh, Glück gehabt. Oh, abgespeichert. Ja. Oh, geht weg. Und hier sind nicht mal viele von diesen Kisten bis jetzt gewesen. Aber. Wir haben es geschafft. Und den Lila. Oh. Edelstein noch nicht angerührt. Wir haben ihn zwei gesehen. Aber. Ich habe mich wieder einmal geweigert, ihn mitzunehmen. Und jetzt speichern wir das Ganze ab. Und können in Ruhe weitergehen. Ähm. Bup. 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 Oh. Bup. Auf den einen bin ich draufgetrampelt. Das war ein Versehen. Ah. Achso. Bonus. Ah, das sind diese Kisten, wo ich einen gezielten Schlag machen soll. Oh. Bums. Bin so weit vorne am Rand gewesen. Irgendwie. Oh. Oh. Hier muss ich dann wieder zurück. Und Schwamm. Mist. Ich muss hier ganz schön oft zurückgehen. So. Den einmal. Oh Gott. Ich hoffe, ich schaffe das dann. Oh Gott. Und da hinten. So. Und jetzt muss ich die in der Mitte treffen. Dann habe ich alle Kisten. Bitte. Oh Gott sei Dank. Und Schwamm. Und Bonus geschafft. Gleich beim ersten Mal. Yay. 53 Kisten. Oh. Zwei Stück fehlen noch. Eine. Und da hinten ist die letzte. Ja. Wir kriegen alle Kisten, Leute. Ach so. Geschafft. Und die letzte Kiste. Uah. Ich wollte jetzt schon diesen Rutscher machen, aber den brauche ich daher nicht machen. Jetzt nicht sterben. Nicht sterben. Zoom. Und damit hätten wir den nächsten weißen Edelstein. Nein. Ditro. Wir sind auf deiner Seite. Dem traue ich zwar auch nicht wirklich mit seinem komischen Hyperstrahl-Laser-Dingens, was er machen wollte. Ich hole ihn raus. Genau. Da ist er. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Kann es erst mal. Genau. So. Damit hätten wir hier jetzt noch einen weiteren Raum. Und dann geht, glaube ich, der Bossfight los. Oder wenn das jetzt... Ne. Das ist noch nicht der Bossfight. Von dieser Ebene. Deswegen, meine Herrschaften. Hier geht dann, glaube ich, noch was auf. Würde ich jetzt erst mal wieder beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Kommentar. Wenn nicht, dann lasst es einfach. Ist egal. Und ich hoffe aber trotzdem, dass ihr, wenn ihr riesig Spaß mit mir hattet... Oh ja. Crash. Zeig, was du kannst. Dann hinterlasst sehr gerne ein Abo für diesen Kanal. Würde mich mega freuen. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Crash Bandicoot. Oh. Crash. Komm schon. So viel rede ich nun auch nicht. Crash Bandicoot zusammen mit Mariposa. Bis dann also, Leute. Tschaui. Tschaui.